Hallöchen. haben wir spielen ein neues spiel und ob es wird euch gefallen und dann legen wir auch mal los ich habe es schon mal kurz angespielt und das ist das steuerung her und dann legen wir mal los vollständig yes hmm toll wieder toll wieder okay here I I can't I can't take the suit I I don't feel right stay with me okay dann gucken wir jetzt mal I see it now we were all so entertained we didn't see what was getting ready in the shadow ja 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 jetzt auch nichts mehr ja 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 ich mich nicht wer ist denn das ist ein altraum ja gut ich muss ja ein altraum hier wir haben hier ein handy hier müssen ich mitnehmen und diesen kuschelbär ich muss besser umgucken hier ist nichts hier kann ich aufmachen und kassetten an ist klar, kann man das auch wieder ausmachen ich brauche keine musik merklich ich merke mich alles klar kommen wir nicht später hier hinten was dann einmal runter hier hier oh ich weiß, dass ich diesen alten Journal in der Stadt gefunden habe jemals jemals haben sie installiert einen generatoren in der alten Lighthouse vorhin die extra current könnte mir helfen in meine Suche von den anderen Inhabitanten wir schauen es heute ok ich kann nicht glauben wir mit diesen Büchern der schlimmste Teil ist, dass wir wahrscheinlich haben Doppel ich muss meine Sachen erst nehmen das ist noch meine Sachen dann haben wir den hier ähh hier ist nichts hier noch was hier ist hier ist hier ist hier hier ist also hier ist Ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. So, Notizblock. Okay, wir sollen die Austertruhe holen. Hier. Alles klar. Okay. Hier haben wir die Drohe. So, das haben wir auch. Hinweise. So, das ist das. Okay. Okay, das ist ja. Die Taule öffnen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Dann können wir eigentlich rausgehen. So. Okay, jetzt saue ich mal einen Knarro rein. In der Hütte. Sehr dunkel hier. Hier haben wir die. So, haben wir noch Munition hier? Ja, haben wir eigentlich. Okay. So, was soll ich jetzt machen? Schießen wir eben noch hinterher aus. Okay. Das letzte Mal war sehr nah. Ich muss mich mit meinem Training halten. Okay, dann gehen wir mal schießen. Wie benutze ich die Waffe jetzt? Ein einfach mal wach. Brauchen. Das haben wir gemacht, oder? So. So, wie soll ich die jetzt nehmen? Okay. Mal, warte mal. Okay. Okay. Jesus. Ah, okay. Let's go. Okay. Äh. Okay, okay. 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 Alles klar. Okay. 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 Yeah. Nothing of interest in these cars. Hmm. Ja, dann gucken wir einfach mal. Okay. 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 verriegelt eine stunde und die seine zahnschule zu hause und besuchen unser bestes so gucken wir erstmal auf die uhr um 9 uhr noch mit schlossen was denn alles klar da müssen wir mal wie das funktioniert hier ein geister den griff ok eine andere Seite alles klar alles griff suchen mal auf wenn du für die planten fliegt ich wünsche es wäre so einfach in einem anderen Szenario ich hätte hier schon Stunden mit einem Buch du musst zu sagen die Sicht ist ziemlich schön los ist er hat über die axt meine axt noch gleich was ok ok also jetzt bitte ein neuer Hinweis das name Wissen von 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 Okay, kann man den Sturm auch wieder ausschalten? Geil. Oh, geil. Über die Worte sind ein paar Mal im St. Exel. Mit seinem Lightning Growth Capacit, es kann sein in einem einen Tag werden. Ripe, sie können sich aus den Landen bespielen. Hm. Interessant. Vielleicht sollte ich ein paar Ouszen house sein? Das hat man verknitelt. Das ist nicht so. Okay Und das muss man kurz ziehen Dann war es mal gespeichert Braucht ein kleines Geld für Schließpulver, sehr gut Und dann da unten Okay Lass mich mal da durch Weil ich seh gerade, da ist die Folge schon wieder vorbei Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao